In dem Film geht es um Liebe und Verlust und wie man mit beidem umgeht. Ein Film darüber, wie ein Mensch sehr viel durchlebt, auch sehr viel Schlechtes erlebt, aber immer wieder versucht, dem etwas Positives entgegenzusetzen. Dieser Film erzählt die Geschichte eines Mannes aus dem letzten Jahrhundert, aber er erzählt insbesondere, wieso wir mit dem, was wir vom Leben geschenkt bekommen, so zufrieden sein können. Wie soll man ein ganzes Leben mit einem Satz beantworten?